Naja, mehr oder weniger. Äh, so, Destile, da haben wir sie. Was brauche ich noch? Glas ist kein Problem, Redstone ist kein Problem. Das ist echt nur diese Bronzebahn, die jetzt hier ein bisschen dauern. Aber das sehen wir dann. So, am liebsten würde ich mir hier noch ein paar mehr hiervon fertig machen. Damit wir dann mal gucken können, den könnten wir ein tiefer setzen, dann können wir da oben noch logistische Werkbänke ransetzen. Ja, doch, das können wir machen. Das heißt, wir müssen diesen Mist wieder abreißen, den da oben ransetzen. Oh, oh, oh. Wir haben aber auch eine Produktion hier gerade, das ist Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt mit so viel hier soll. Ich hoffe, das wird sich gleich ein bisschen lichten. So, was haben wir denn? Jetzt möchte ich einmal was ausprobieren. Und zwar, wie viele Äpfel habe ich jetzt hier hinten ungefähr drinne? Fünf Stacks. Das heißt, wenn ich mir jetzt fünf Stacks requeste, müsste er das Fass eigentlich nicht angetastet haben, sondern müsste das erst aus den Kisten ziehen. Jawohl. Er tastet das Fass nicht an, dann macht er erst die Kisten leer. So wollte ich das haben. Da kommt's an. Jetzt können wir gleich wieder loswerden. Die Destille können wir ja auch schon mal wild einprogrammieren. Und dann haben wir hier auch gleich alles fertig. Die ersten können wir jetzt schon mal fertig machen. So, ähm... Hatte ich hier nicht nur dadurch noch, genau. Machen wir das mal eben so. Die anderen Bronzebahnen nehmen wir jetzt hier auch schon raus. Die müssen eigentlich jetzt fertig sein. Jawohl, da kommt der letzte. Na komm, hier mit dem Ding. Das ist der Nachteil an den Ofen. Die dauern alle ein bisschen, aber... Wenn man auf Vorrat produziert, ist das natürlich dann auch wieder alles kein Problem. So, Bronze haben wir jetzt hier mal über. Und dann requesten wir das Ganze mal. So, das robuste Gehäuse vermisst er jetzt gerade. Das interessiert mich aber gerade auch recht wenig. Da haben wir die Destille. Dann brauche ich noch ein Zwar... Ja, Liquidduck, da habe ich jetzt natürlich keine mehr. Äh... Missing Einhaden-Glas. Habe ich hier noch was drin? Ja. Silver Ingots habe ich hier drin. Die gehören hier aber jetzt gerade nicht rein. Das heißt, ich muss haben... Ähm... Elf Lied. Dann brauche ich noch dringend... Obsidian-Staub. Da mache ich mir mal ruhig 22 Stück von fertig. So, die schmieren wir mal hier eben durch. Tü-tü-tü-tü-tü. Da pumpt er es raus und da gibt er Gas und da fließt es dahin, wo es hin soll. Da ist er wieder. So, es gibt es. Das ist ja herrlich. So, Induction-Smelter. Den Induction-Schmelter. Warst du fix verschwinden oder was? Das ist ja... Ja. Na denn. Habe ich hier noch was drin? Obsidian-Staub drin? Bin auf Umwegen wieder nach Hause gekommen. Achso. Na dann. Moin. Da haben wir auch noch genug Saft drin. Da wollte ich gerade gar nicht gucken, aber egal. Ja, schon wieder. Ähm... Hier ist dein Fleisch noch, mein Freund. Fleisch. Hast du Kühe... Hast du Kühe gefunden, sagst du? Das ist schön. Und ich gehe das gleich mal einprogrammieren hier. Input, Output, fertig. Input, Output, fertig. Okay. Steak ist fertig programmiert. Schweinefleisch ist fertig programmiert. Da kann man sich dann jetzt was bestellen. So, Harden-Glas. Du hast auch noch was ganz Interessantes für dich gefunden, glaube ich. Was denn? Gebe ich dir gleich. Das ist schön. So, da haben wir Harden-Glas. Kannst du bestimmt gebrauchen. Wo ist er? Hier ist er. Wo ist hier? Da ist er. Da steht er schon wieder. Ich werfe dir das wieder zu. Mach mal. Ich hab mal kurz ins M-E-System geguckt. Was gefunden, was du gebrauchen kannst. Der nur wieder gefunden hat. Oh, wo kommen die denn her? Aus dem M-E-System. Wieso waren die doch im M-E-System? Naja, ist ja auch was. Weiß ich doch nicht. Warum weißt du das nicht? Bist du denn gar nicht informiert? Hier ist auch nur ein Generateur im M-E-System. Ja, den brauch ich später. Dass der drin ist, das weiß ich. Aber alles weitere muss man dann sehen. Den müssen wir eben abreißen hier. Ein Hebelchen hier. Ein Hebelchen hier. Der pumpt hinaus. Und der pumpt hinein. So, jetzt ist die zweite Destille in Arbeit hier. Die funktioniert jetzt auch schon mal fröhlich vor sich hin. So, das Engine engineiert. Engine engineiert? Welches Engine? Das ist unseres. Das ist jetzt automatisiert. Mit zwei Destillen erstmal. Wo hast du denn den Engine hingeputzt schon wieder? Ne, oben. Unseres. Das große. Achso. Das ist jetzt automatisiert mit zwei Destillen. Das langt eigentlich erstmal. Ah, zweite Destille. Zweite Destille. Ich will jetzt hinten so ein bisschen hier den Tank vollkriegen. Hier fließt Holz nach unten. Ah ja. Das ist der ganze Mist, der aus der Baumfarm kommt. Äh, äh, äh. Und die Setzlinge automatisieren sich hier in die Jahr. Ich verstehe. Genau. Die kommen auch alleine. Der Tank ist leer. Ja, weil, weil hier, ne, die Engines, die ziehen noch gerade das bisschen weg, was da ist. Die Produktion ist noch nicht so hoch, dass wir jetzt hier das Engine schon voll hätten. Aber erst kurz davor. Ich glaube, pro Engine, äh, pro Motor fehlen jetzt irgendwie noch ein oder zwei Liter und dann war's das. Hm. Vorhin waren da überall nur zwei Liter drin, in jedem. Das ist mal kurz weg. Hier geht hier die hüpfende Nachbarschaft auf den Sack. Ach, die. Du sprichst ja Wörter. Na ja, jetzt verbrauchen wir wenigstens auch mal die Setzlinge ein bisschen mehr. Das ist nur die Frage, wo kommen die jetzt her? Nimmt er die hier raus? Ja, die nimmt er jetzt hier raus. Wo hüpft denn da, hüpft er? So, jetzt wird's aber Zeit, dass wir die Pressen aufbauen für Apfelsaft. Das ist jetzt die nächste Sache. Ich glaube, die Apfelsaftpresse muss ich auch hier oben beim Engine mit hinbauen, weil er will auch einen großen Tank für haben. Guck dir das mal an hier. Was? Komm mal hoch. Schnell, komm schnell. Ich sehe es gerade auf der Map. Was ist denn da passiert? Komm schnell zu mir. Das sieht ja geil aus. Ist doch wieder hoch. Komm mal hier runter, ey. Du Scheiße. Ich habe einen großen zerschossen, der ist hochgeflogen und hat sich zerlegt. Das war auch sehr schön. Ich ändere das mal. Der Enderman ist ja nicht da, ne? Ne, der ändert das ja nicht. Ah, es kommt die Kompetenz zu. So. Wenn die hüpfen, kann man die so schlecht treffen. Na, komm zu mir. Ja, du hast doch deinen Powerhandschuh, äh, Zuggatgedöns da. Drauf schießen ist schlecht. Ja, es geht aber. Aber die fliegen dann immer so weit weg. Ist auch doof. Ja, deswegen nicht, aber du triffst sie so schlecht, wenn die hüpfen. Was hat er jetzt hier? 16 Kohle hat er jetzt hier immer nur drin. Warum auch immer. So, was haben wir denn jetzt? Das muss aber ein Bug gewesen sein eben, weil ich habe irgendwie viel weniger zerstört. als wir waren. Echt? Ja, wir waren eben 12, 13, 14 Stück oder so. Ich habe bis viel zerstört ist, alle wieder weg. Okay. Das ist ja, das ist ja merkwürdig. So. Ich denke mal, wir haben heute schon einiges wieder geschafft. Wir können eigentlich erstmal wieder eine Pause einlegen. Meinst du nicht? Können wir tun. Dann machen wir das auch erstmal, würde ich sagen. Und dann sage ich schon mal bis zum nächsten Mal dann. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. Ja, hallo Leute. Da bin ich auch schon wieder. Und er ist auch schon wieder da. Ich glaube auch. Ja, er ist, auf jeden Fall ist er da. Äh, ja. Wir machen hier heute groß weiter. Ich muss mir zusehen, dass ich hier heute irgendwas mit dem Holz mache. Das will das Holz loswerden. Das wird von langsam überlaufen. Die Äpfel genauso. Was du heute vorhast, weiß ich noch nicht. Was hast du vor? Äh, ja. Ach so, okay. So schwer. Ähm, gut. Das heißt, ich werde heute wahrscheinlich, äh, eine Presse aufbauen müssen für die Äpfel. Damit werde ich wahrscheinlich mal anfangen. Da müssen wir mal gucken, wie wir jetzt die Presse hier am besten hinbekommen. Äh, da haben wir eine Presse. Wie wird die gebaut? Robustes Gehäuse. Haben wir da noch was von da? Jawohl, haben wir. Sehr schön. Dann haben wir das robuste Gehäuse. Dann kann das hier schon mal alles wieder raus. Äh, dann machen wir das Ganze mal so. Refresh. Jawohl, das ist da. Requesten wir das Ganze. Missing 6 Zinn. Okay. Das heißt, ich muss nebenbei noch einen Zinnofen aufbauen. Um mir Zinn herstellen zu können. Der wird dann wohl hier nebenher kommen. Äh, das heißt, ich brauche noch ein Handwerksrohr brauche ich noch dringend. Ich brauche noch ein paar Öfen. Das werden wir jetzt mal zuerst machen. Wenn, dann wollen wir das ja alles gleich richtig machen hier, nicht wahr? Jawohl, jawohl. Das ist sehr schön. So, ich brauche einen Ofen. Ich brauche noch einen... ...und ein paar Äpfel werde ich mir auch nochmal requesten hier. ...ein Steck Äpfel. Haben wir keinen Iron Dust und so mehr? Ähm, was willst du mit Iron Dust? Ich frage nur, ob wir welche haben. Eigentlich, ähm, müsste noch was da sein. Oh ja, 569. Also, du kannst dir gleich Eisenbahn bestellen. Das läuft alles schon automatisch. Ne, ich weiß nicht was. So, Handwerksrohr, das heißt, ich muss da jetzt mal gucken, dass ich hier den Kram fertig bekomme. So, was brauche ich jetzt noch? Ähm, jetzt brauche ich Zinn. So, den wollen wir mal mitnehmen. Requesten wir den. Dann nehme ich mal zwei von mit. Schaden kannst du... Der aufnahm nix mit, was der macht, an so einem Tier. Nein? Nein. So, dann möchte ich jetzt auch nochmal zehn Stück von haben. So. Da haben wir Holzkohle drin. Genau, hier muss auch Holzkohle rein. Das lübt auch. So, und jetzt muss ich hier oben... Inputs, das. Und Output, werden wir dann mal den anderen Krams hier reinschmeißen. Trotzdem sehr wenig. Können wir das eigentlich gleich so machen. Das ist trotzdem... So, Output, das. Priorität, minus eins. Das läuft. Gut, jetzt brauchen wir... Baumfarm schmeißt du wenig Setzlinge ab. Äh, nö, wir verbrauchen nur zu viele momentan. Ich meine, die schmeißt ja ordentlich was davon ab, aber... Ja, aber wir haben ja auch zwei Destillen da rumstehen, ne? So viel brauchen wir an sich gar nicht. Also, wenn wir eine abschalten, dann läuft das schon. Denke ich mal. So, was ich jetzt... Kautschuk Setzlinge, Apple Oak 610. Soll ich mal Setzlinge rausnehmen, was wir brauchen? Nö, lass die drinnen. Ist gut. Da muss aber Erde rein. Das ist wichtig. Die kommt automatisch, die Erde. Was? Die kommt automatisch. Das ist alles schon automatisiert. Der macht die nicht ran voll, sondern macht immer nur ein Stack Erde rein. Oder einen halben Stack. Das ist alles automatisiert. Naja, weil er... Ich wollte die Apple 610 rausnehmen, weil er Kautschukholz nämlich nur das 7 hat. Ähm... Weil da brauchst du kein Kautschuk mehr. Kautschuk brauche ich im Moment nicht. Das können wir oben manuell eigentlich züchten. Kannst ja mal machen, wenn du möchtest. Ja, dann nehme ich mir die 7610 raus. Ja, die Kautschukdinger da, ne? Ja, genau. So, warte mal. Was wollte ich jetzt überhaupt machen? Ich wollte... Gott, wie hieß das Ding noch? Nee, Schild war es nicht. Crafting Sign Generator. Den brauchte ich. Andere kaputt? Hörst du schon einen? Ja, den hatte ich hier nur wieder reingepackt ins Lager. Den habe ich mir gerade aus dem Lager wieder genommen. Oh, und ich weiß, was ich brauche. Na, jetzt kommt's. Weizen. Weizen haben wir hier haufenweise hier unten. Ein halbes Fass voll haben wir. Weiß. So, was brauche ich denn als nächstes? jetzt, brauche ich erstmal die Paresse, wieder. Den S hinter mir. So, das requested er jetzt alles. Auch ne Presse. Ne Presse. Äh. Toudoudoudoudou.